Liebe Schlau, ich weiß nicht, ob ich der Rüfe reichen will. Du bist zu spät. Nein, der Hammer ist ja wohl, dann hat er mir was von seiner Scheidung erzählt und dass es ihm so schlecht geht und so dreckig und voll das intime Zeug und was nicht alles. Das ist doch nicht mein Problem, entschuldigen Sie mal. Also wenn Ihre Mitarbeiter sich trennen, dann schicken Sie die gleich zu den Kunden hin oder was. Machen Sie das immer so bei Ihnen, ja? Aha, ist ja interessant, ja? Der Hammer ist ja noch... Ne, jetzt hören Sie mir mal zu, ich bin noch nicht fertig, ja? Der Hammer ist ja wohl, dass Sie mir jetzt auch noch das Telefon abgestellt haben. Weil ich angeblich im Rückstand bin, im Rückstand, ja? Was soll denn das bitte heißen, im Rückstand? Ich meine... Bitte? Ja, das haben Sie mir so begründet, im Rückstand. Ich meine, bin ich in Fußballspielen oder was, wo alle reintreten dürfen? Ich komme mir langsam mal so vor, ja? Ich meine, bin ich in Fußballspielen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017